Ich habe es mir schon kurz angeschaut und die Bilder gesehen, die haben schon für sich gesprochen und wenn man was machen kann ohne großen Aufwand und dabei noch was Gutes tun kann letztendlich, da war ich sofort dabei. Das kann man auch durchaus auch als Wert auf die Gesellschaft bringen. Wenn jeder authentische Kaut gerade heraus sagt, was er eigentlich sagen möchte, Ehrlichkeit, da schwingt ja sehr viel damit auch mit drin, ist das einfach ein sehr wichtiger Wert.